Hallo, wir sind heute in Colonia San Giordi. Das ist eine Wohnung mit 78 Meter. Das sind vier Schlafzimmer. Hier haben wir die erste, etwas großes, mit Badenzimmer. Eine schöne Terrasse, mehr Ausblick, 50 Meter. Das sind vier Schränke, zwei, zwei, von dieser Seite und das ist ein Badezimmer mit Bader. Das ist ein kleines Zimmer mit Schrank, Fenster und viel Licht. Das ist der kleine Bad in dieser Etage. Die Wohnzimmer mit schönen Ausblick und die Küche auf der linken Seite. Das ist eine hübsche Terrasse. Hier kann man das See sehen und hinter der See ist die Insel Cabrera. Das ist die Naturinsel von Balearen. Hier ein anderes großes Zimmer. Doppel. Und nun gehen wir nach oben. Da gibt es eine schöne, schöne Terrasse mit 55 Quadratmetern. Kann man das See, Meer sehen und auch die Salinas vom Salz. Ganz typisch hier in Colonia San Giordi. Und in dieser Etage haben wir ein kleines Zimmer und haben wir auch diese riesige, große Terrasse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt gehen wir in der Kolonia San Giordi. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und ich hoffe es hat Ihnen gut getan. Bis zum nächsten Mal.